Hier, guck mal hier, passend zu deinem Sofa. Soll ich die mal anziehen? Ich kann ja, warte mal, dann sag ich mal was, als nächstes kommt. Und zieh in der Zwischenzeit die Stiefel an. Frühstück bei Stefanie und die machen sich heute Gedanken über Zahnbürsten. Wahnsinn, sag mal, die gehen ja bis zum Hintern gleich. Ja, die Kids sind cool, also man muss natürlich aufpassen, dass man nicht aussieht wie so ein Stolz und Salat. Aber, sag mal, du kannst das tragen. Du, wenn du mal eine Wattwanderung machst oder zum Angeln. Vor allem, damit spieße ich mir gleich ein paar Würmer auf. Hier, guck mal, das Hacken. Du, die sind nicht schlecht. Wo findet man denn sowas? Ich meine nicht, dass ich das jetzt möchte. Auf die Kids kriegst du alles. Das ist ja sowieso dein Wohnzimmer. Du hast Arbeit ist da nicht, nur du lebst da auch. Ja, natürlich. Soll man mal ein bisschen leiden da auch. Kannst du mal ziehen? Wie willst du wieder aus? Ja, will ich wieder aus. Hier morgen kommt der Tierfotograf, der könnte sich als Stolz im Salat dann fotografieren. Oli, den anderen kriegst du auch noch. Du, die sind, das ist ein Geschenk.